Stolpen Sie Stress, Hektik und Ihre innere Ruhe mit Ihrer neu gewonnenen Wehrenruhe. Gewonnen durch die Macht der Selbstbeherrschung. Sie werden sehen, wenn Sie die Selbstbeherrschung für sich nutzen, werden Sie ein viel angenehmeres Leben mit hoher Lebensqualität führen. Sie werden nicht mehr unter Dauerstress stehen. Sie werden jede Lebenssituation mit innerer Ruhe und äußerer Gelassenheit entgegentreten. Sogar dann, wenn die Situation ausgesprochen unangenehm und bitter ist. Die Selbstbeherrschung funktioniert und Sie müssen dafür nur Ihre geistige Einstellung ändern. Ich selbst bin dafür das beste Beispiel. Ich hatte unter anderem 2,4 Millionen Euro Schulden zu bewältigen. Ohne die Selbstbeherrschung, die mir rechtzeitig angeeignet hatte, wäre ich an dieser tonnenschweren Last zerbrochen. Das dürfen Sie mir glauben. Die Selbstbeherrschung hat mir bei Auseinandersetzungen mit Finanzamt und anderen Behörden immer große Vorteile eingebracht. Schaffen Sie mal, was ich geschafft habe. Nämlich knapp 18 Jahre mit dem Finanzamt eine Auseinandersetzung durchzustehen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Es ging um die stolze Summe von etwas über 28.000 Euro. Dank meiner Selbstbeherrschung hatte ich meine Hartnäckigkeit und mein Durchhaltevermögen gestärkt. So konnte ich einen Vergleich herausholen, bei dem ich lediglich nur noch knapp 9.000 Euro weniger bezahlen musste. Egal, welche persönliche, wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen auf mich zukommt, ich bleibe ständig Herr der Lage. Einfach, weil ich jedem Problem aktiv entgegentrete. Dabei habe ich weder Angst noch Hemmungen, mich mit anderen Menschen oder Geschäftspartnern zu verständigen und für das Problem eine Lösung zu finden. So habe ich auch jeden Gläubiger dazu gebracht, mir Ratenzahlungen zu genehmigen. Und zwar erst, nachdem ich die Schuldensumme durch Vergleich kräftig heruntergehandelt hatte. Und durch die Macht der Selbstbeherrschung habe ich dann die Ratenzahlungen ordnungsgemäß und pünktlich eingehalten. Nach meinen Methoden und meinem System. Dank meiner Selbstbeherrschung bin ich in allen meinen Lebenssituationen mutig, entschlossen und ohne Angst jedem Problem entgegengetreten. Weder Burnout noch Depressionen haben mich während meiner Problemlösungen heimgesucht. Nach dem Grundsatz der Selbstbeherrschung. Wer etwas ändern will, sucht Lösungen. Wer nichts ändern will, sucht Gründe. Unter diesem Motto habe ich mit der Ausdauer und Durchhaltevermögen alle Lebensstürme und Orkane mit heiler Haut überstehen können. Normalerweise hätte ich die vorgenannten drei Bedrullien ausgereicht, um einen Menschen schnell alt aussehen zu lassen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wie Sie aber an meinem Beispiel sehen können, erfreue ich mich bester Gesundheit und stehe in voller Blüte mitten in meinem Leben, das inzwischen auch schon etwas über 64 Jahre wird. Vor allem, wenn ich von meinen Kunden besucht werde und die mich mit den Worten begrüßen. Sie sehen aber noch viel jünger aus als auf Ihren Videofilmen und Bildern. Wie machen Sie das nur? Lässt mich das strahlen? Offen gesagt, macht mich das ganz stolz. Ist es doch der sichtbare Beweis, dass ich immer ein glückliches Leben geführt habe, trotz aller Schwierigkeiten. Das verdanke ich den Methoden, dem System und den Techniken der Selbstbeherrschung. Stehen Sie auch in Zukunft wie ein Fels in der Brandung. So wie ich. Und das bei jeder anstehenden Aufgabe und jedem Problem. Verlassen Sie sich auf Ihre Selbstbeherrschung. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Gegenspieler bei Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen mit Ihnen die Zähne ausbeißen. Schaffen Sie bei Problemen, die einer Lösung karren, für sich die besten Voraussetzungen. Ich versichere Ihnen, über die Macht der Selbstbeherrschung werden auch Sie ein viel angenehmeres und glücklicheres Leben führen. Sie werden so felsenfest stehen wie der Eiffelturm. Selbst dann, wenn die allergrößten Schwierigkeiten auf Sie zukommen sollten. Und eins ist ganz sicher. Mit der innerlichen Ruhe, ohne Hektik, ohne Stress, werden Sie ein gelassenes und aktives Leben führen. So unaufhaltsam, wie ein Eisbrecher sich seinen Weg durchs Eis bahnt. Und noch ein Tipp von Albert Einstein, den Entdecker der Relativitätstheorie. Wenn Du ein glückliches Leben willst, verbinde es mit einem Ziel, nicht aber mit Menschen und Dingen. Und wie Sie das machen können, so wie ich es seit Jahrzehnten praktiziere, das erfahren Sie aus meinem Lebensratgeber, die Macht der Selbstbeherrschung. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de Auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos finden Sie auch den direkten Link dorthin. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Vielen Dank.